Willkommen zum letzten Kapitel. Ihr habt es fast geschafft. Hier geht es um Konflikte, die die ganze Gruppe betreffen. Solche Konflikte sind auf der einen Seite komplexer, weil mehr Interessen und Bedürfnisse aufkommen können und manchmal haben Gruppensituationen auch noch eigene, unerwartete Dynamiken. Dafür gibt es hier noch ein paar Spezialtipps. Aber du kannst fast alles, was du bisher gelernt hast, auch in Gruppenkonflikten anwenden. Lass uns starten. Konflikte in der Gruppe zu haben, ist tatsächlich völlig normal. Der Psychologe Bruce Tuckman hat in den 60er Jahren Arbeitsteams untersucht und festgestellt, dass diese häufig ähnliche Phasen durchlaufen. Eine Forming-Phase am Anfang, in der sich die Teammitglieder noch stark anpassen und sich bemühen, nicht anzuecken. Dann folgt oft die Storming-Phase, in der Konflikte auftreten und Zuständigkeiten geklärt werden. Wenn diese gut durchgearbeitet wird, kommt danach die Norming-Phase, in der die Gruppe sich selbst Regeln gibt. Und darauf folgt die Performing-Phase, in der die Gruppe dann richtig gut zusammenarbeiten kann. Das bedeutet zwar nicht, dass danach nicht auch wieder Konflikte auftreten können, aber dann wisst ihr schon, dass ihr sowas zusammen gut durcharbeiten könnt. Wenn ein Konflikt sehr festgefahren ist und viele Menschen beteiligt sind, kann es hilfreich sein, eine Konfliktkarte zu zeichnen. Im ersten Schritt zeichnest du dabei alle beteiligten Personen auf. Und dann verbindest du die Personen miteinander. Je nachdem, ob es enge Beziehungen oder lose Beziehungen sind, ob sie vielleicht eine Allianz bilden oder die Beziehungen sogar schon abgebrochen haben. Konflikte kannst du danach nochmal mit einem Blitz deutlich kennzeichnen. Und als Bonus kannst du bei jeder Person dazuschreiben, welche unerfüllten Bedürfnisse du bei ihnen vermutest. Du kannst diese Karte erstmal für dich alleine zeichnen, um mehr Klarheit zu gewinnen. Vielleicht merkst du dabei auch, dass du über bestimmte Beziehungen gar nichts weißt oder dass du nur Vermutungen hast. Wenn es passt, kannst du die Karte auch mit der Gruppe teilen und so überprüfen, ob alle den Konflikt ähnlich einschätzen wie du. Schöner ist es natürlich, wenn Konflikte gar nicht erst eskalieren müssen. Dafür gibt es viele kleine Dinge, die ihr tun könnt. Zum Beispiel, euch in der Gruppe regelmäßig Zeit für Emotionen und Miteinander zu nehmen, Erfolge und schöne Dinge auch zu feiern und generell eine Atmosphäre aufzubauen, in der sich Menschen trauen und Wohlsein anzusprechen. In unserem Kurs zu Projektmanagement findet ihr schon ein großartiges Modul zu dem Thema. Lasst uns als nächstes über Macht sprechen. Macht heißt, ich kann andere dazu bewegen, etwas zu tun, sogar wenn sie das selber gar nicht wollen. Ich gehe erstmal grundsätzlich davon aus, dass ihr in euren Gruppen ein Miteinander auf Augenhöhe anstreben wollt. Aber in allen Gruppen gibt es trotzdem Machtunterschiede, ob wir es wollen oder nicht. Wir können sie nicht komplett abschaffen, aber wir können bewusst damit umgehen, ihnen teilweise entgegenwirken und dafür sorgen, dass trotzdem alle in der Gruppe gehört werden und Einfluss auf die Entscheidungen haben, die ihnen wichtig sind. Gründe für Machtunterschiede können unter anderem diese sein. Sprache. Wer lauter, eleganter und mehr spricht, setzt sich häufig eher durch. Erfahrung. Wer ist schon länger dabei? Wer erledigt Dinge, die zentral für die Gruppe sind? Gesellschaftliche Privilegien spielen natürlich auch eine Rolle. Menschen wird zum Beispiel eher zugehört und etwas zugetraut, wenn sie weiß, männlich und nicht behindert sind. Es gibt noch sehr viel mehr Möglichkeiten, Macht auszuüben, aber wir belassen uns erstmal bei diesen Beispielen. Ist euch als Gruppe ein Miteinander auf Augenhöhe wichtig? Ist das ein Wert, auf den sich alle einigen können? Dann reflektiert diese Machtfaktoren. Guckt, was bei euch zutrifft und ob ihr etwas daran ändern wollt. Im Moderationskurs findet ihr viele Ansätze und Tools, um diese Unterschiede per Design auszugleichen. Moderation kann übrigens auch ein Machtfaktor sein, wenn zum Beispiel immer dieselben Menschen moderieren. Vielleicht habt ihr ja Lust, mal auszuprobieren, dass jedes Treffen jemand anders moderiert. Ansonsten gilt bei Gruppenkonflikten das gleiche wie bei Einzelkonflikten. Versucht, alle Interessen und Bedürfnisse herauszukitzeln und wenn die alle offen liegen, sucht nach kreativen Lösungen, die möglichst viele dieser Faktoren berücksichtigen. Das Prima Klima Kollektiv hat sich am Wochenende Zeit für ein Treffen zur Gruppenfürsorge genommen. Sie haben viel über Privilegien, Redeanteile und ihr generelles Miteinander gesprochen. Und sie haben sich zwei konkrete Vorschläge überlegt. Sie wollen ab jetzt jedes Plenum mit einer WG-Runde starten, um mehr voneinander zu erfahren und schlechte Stimmungen gleich am Anfang zu erkennen. Und sie haben sich vorgenommen, einen internen Workshop zur Moderation zu machen, damit in Zukunft auch die mal moderieren können, die sich jetzt noch unsicher damit fühlen. Und sie haben sich auch mit einer WG-Runde starten,